Hallo und herzlich willkommen hier auf der Champagne of France, eine französische Map und wir gucken rein wie die so ist, französisch halt ne, ähm, ich weiß jetzt gar nicht ob das jetzt die Map war von Black Sheep oder von jemand andern, das weiß ich nicht. Die Map gibt's auf Mode Hub von Chains und das sieht ja gar nicht schlecht aus. Ähm, wir haben eine Chaserei, ach hier ist, hier ist, äh, Bali Bali holen, Paletten holen, okay, hat ein bisschen den Touch von Black Sheep, das könnte wirklich eine Black Sheep Map sein. Ich hab die schon länger, also länger, Barbar schon ne, runtergeladen, wir haben hier ein Gehöfe, das sieht schwer nach Black Sheep aus. Äh, ja das ist aber nicht so Black Sheep mehr, oder, warte mal, das geht ja gar nicht weiter hier, ne. Wo geht denn der durch? Der holt das hier? Ah ne, der fährt ja, stimmt ja, der fährt ja hier und geht dann irgendwo in die Pumpe rein. Stimmt, der fährt ja alleine dann. Alter, schwer, da ist das hoch hier. Aha. Ein Riesentor, ne. Der fährt ja dann irgendwo, hier muss er entlangfahren. Hier ist Fütterungszeit. Dann fährt er hier, wo die Bone ist, fährt er entlang. Hier, aha, aha. Schöne Sache. Ich hab das eigentlich noch nie irgendwie gebraucht, die, ich mach das mit dem Mischwagen. Ist aber, wo? Wir wollten ja eigentlich, machen wir ja immer hier, die Dings angucken, aber ich muss jetzt ganz schnell gucken, ja. Äh, hier, Gerichtschaftsee. Wir haben einen, ähm, Schöne, der, einen Flug, äh, ein Mähwerk. Mehr oder nicht, ne. Muss doch irgendwann noch mehr sein. Ja, Mäh. Was ist das hier? Köh, köh, köh. Automat. 24 Stunden Automat. Aha. Ist eine geile Idee eigentlich, ne. Das ist eine coole Idee. Das ist cool, ne. Was haben wir denn hier gehabt, hier? Wir können Joghurt herstellen. Milch und Zucker. Und noch mehr Joghurt, ne. Ah, okay. Das ist cool. Äpfel. Wir haben schon hier Äpfel. Ich hab gar nicht das Gefühl, dass Äpfel nächsten Hellers kommen werden, ne. Weil es hat schon, es muss halt einfach, das sind die Schweine vielleicht hier, ne. Sieht mal so aus. Oder? Was sind das für ein Gestänge hier? Es sieht schon nach Ding aus. Was perverses ist noch nicht hier. Das Gestänge hier. Zum Reinsitzen. Äh. Ich muss das schnell abcheck. Sarfe. Ach so, okay. So, also da muss man hier schon mal gucken. Wir gehen mal wieder nach oben. Ist eine kleine Map. Wir sind schon oben. Dann hat es ja gepasst. Wir gehen weiter. BGA. Gucken. Ja. Eine Döne BGA. Ja. Ne, hier recht schön. Äh. Fahrsilo gleich nebendran. Kannst du viel schneller und besser arbeiten. Hier oben. Ja. Ja. Ist eine Döne Sache, ne. Ne. Der Bösten hat. Der Bösten hat K-K-Köli, ne. Äh. Ja, BGA, ne. Ähm. Und jetzt müssen wir hier noch Sägewerk. Ich wollte dich besuchen gerne. Dankeschön. Mein Lenker noch ein bisschen auf die Seite stehle. Sägewerk. Kann man auch machen, ne. Ein bisschen minimalistisch. Aber warum nicht. Ähm. Jetzt müssen halt hier noch Dinge sein, ne. Äh. Irgendwie so ein Holzlager oder so. Das ist nicht so schön hier. Da hat jemand vergessen. Äh. Weißt du? Nichts gut. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt hier F5 drücke. Dass das Gebäude noch da ist. Ist nicht da. Okay. Schwein gehabt. Gut. Also gehen wir weiter, ne. Ähm. Getreide-Mulle. Mulle. Jo. Passt. Ja, passt eigentlich, ne. Aber warum löschen das Ding die ganze Zeit hier. Die Lampe. Das ist ja ekelhaft. Lade. Nicht laut und hell. Ich glaube nicht, dass das vom Black Sheep ist. Das muss von jemand anders sein. Also wir haben hier, ähm. Ne. Getreide und sowas hier. Äh. Fahrzeughändler. Man muss halt nochmal nachgucken. Ich kann es in die Beschreibung schreiben, wenn ich nachher nachgucke. Äh. Von wem die Map ist. Oder du kannst da selber nachgucken. Das sieht schon wieder Black Sheep aus, ne. Das ist. Muss nicht sein. Äh. Andere haben es auch gemacht. Ähm. Ja. Eine schöne Werkstatt, ne. Würde ich auch gerne nehmen, sowas. Ist wirklich eine schöne Werkstatt. So. Ein bisschen klein. Der Händler. Hier. Ja. Hinten hat man Platz, ne. Das ist gut. Das ist auch cool hier. Ja. Ja. Das ist dünn. Das ist cool, ja. Das passt. Das kann man, das kann man lassen, ne. Fahrzeughändler haben wir jetzt gesehen. Vieh. Frandel. Okay. Ist ein bisschen klein hier, ne. Ja. Das. Ja. Mö. Äh. Jo. Ist neben dem Händler, ne. Und die Straßen sehen eigentlich auch interessant aus. Ich glaube schon, dass das die vom Black Sheep war, ne. Der hat ja auch eine französische gehabt hier so. Weiß aber nicht, ob der die schon raus hat. Ich habe nur gesehen, dass er noch eine macht. Oder bringt. Oder es ist für jeden. Also es ist eigentlich egal, von wem das kommt. Hauptsache ist es geil gemacht. Hier ist cool, ne. Mach mal auf hier. Normalerweise gehen die Türen nach außen auf. Sicherheitstüren, ne. Ja, hier wird irgendwas gemacht, ja. War das nicht hier das, wo wir hatten? Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ähm, Apfelsaft. Das müsste das hier sein. Wenn ich jetzt sage, besuchen, bin ich wieder da, ne. Das war Apfeldaft. Das war hier bei der Kirche, ja. Joa. Da steht es zwar, ich kann es, ne. Man sieht es eigentlich, dass es, äh, Ding ist. Das ist, äh, nicht schlecht. Gut, mir gefällt halt ein französisches Zeug nicht, ne. Ich bin halt eher, ja. Eine deutschsprachige, äh, Dings. Äh, schon wieder hier. Äh, das ist der, ein anderer. So, fricht, äh, sieht nach Wolle aus, ne. Kann man nicht rein. Wäre noch cool, wenn es so ein kleines Lager geben würde. Nebenan, wo man die Plätten lagern könnte, ne. Das wäre schon richtig geil. Ähm, ja, da sind wir ja eigentlich fast durch. Ach, was ist denn da unten eigentlich, hier. Komische, äh, Dinge, ja. Wir haben doch hier drüben noch, Les Las Rache, dem, äh, Taverne. Taverne weiß ich, was das ist, ne. Das ist ein Restaurant. Ne, Las Tavernos. Ne, das war Spanisch. Hier auch, ne. Das ist aber, äh, ist aber Dön hier, ne. Und hier ist noch ein Rüstereu. Ne, die Böckerei. Das ist, äh, Champagne. Champagne. Las Champagne. Da müsste aber hier auch, äh, Dings sein. Wenn ich, meine, ist Frankreich, müsste hier nicht, ah, Traubensaft, da macht er auch Traubensaft, okay. Weil es in Frankreich, da müssen eigentlich auch Reben sein. Aber wir, wir sind so krass, wir gehen wieder zum Hof. Wir sind so krass drauf, wir suchen noch mehr. Äh, hier. Er hat ein, ein Steyr. Das wäre, glaube ich, nicht Blacksheep-mäßig, aber, warum nicht? Er macht, glaube ich, nicht alles allein. Er hat ja ein Team, so wie ich mitbekommen hab. Ähm, könnte sein, dass es so ein Ding ist, ne. So, aber wir müssen hier mal ein bisschen rumgucken. Auf der Map. Wir machen das hier schnell so. Direkt vom Hof aus. Na, komm, wir nehmen den hier, ist doch ja. So, jetzt haben wir natürlich das Ding, wieder, dass er automatisch startet, was ich überhaupt nicht mag. Aber wir müssen jetzt echt hier rumfahren. Wir müssen hier mal ein bisschen rumgucken. Wo hier, der Hof, müssen wir halt selber ein bisschen gucken. Ähm, aber, ich hab nicht mal eine PDA. Äh, nach rechts würde ich mal fahren, sonst. Ich würde einfach mal nach rechts runter. Ähm, ja. Okay. Kleinere Felder hier, ne. Ich hätte ja gedacht, Frankreich ist eher, ähm, mit größeren Feldern hier. Ja. Gut, ich weiß noch nicht, wie sieht, wie sieht ein Champagner aussieht, da, ne. Hier kommen wir schon wieder zur BDA, das ist gut. Äh, schöner Kreisen hier, ist ein bisschen eng, wenn du jetzt hier mit dem Tieflader fährst. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir müssen eigentlich nach unten, weil, wir könnten auch darüber, ne. Ne, wir gehen hier runter, das erst mal, ne. Das sieht ein bisschen komisch aus. Gut, aber es stimmt schon, es gibt, äh, Gras auf der Straße und so, ne, kennst du ja, wenn das Bauamt wieder kommt und, äh, hier, das Grat weg, Gras weg, lotet, haut, schmiert. Oh, cool. Warte, geht das jetzt, ja, ich weiß nicht, wieso das ihr immer halten müsst, ja. Ach, nee, das geht gar nicht. Hä? Da war gerade irgendwas im Weg hier gerade. Hier ist es im Weg. Äh, ich hab schon gedacht, ähm, es geht unter der Brücke durch. Das ist doch hier irgendwo eine Kohle hier, verdammt. Ja, dann gehen wir weiter, das erwähnt, da, ne. Ja, du kannst auch, du hättest schon lange weiterfahren können. Hat niemand was gesagt, dass du hier bremsen musst. Wieso leuchtet das hier? Äh, es leuchtet nur. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass Black Sheep so was machen würde. Aber kann vorkommen. Äh, interessant wäre die Map schon eigentlich, ne. Und es ist schön gebaut. Ne, von der Straßenführung her, das ist ein bisschen schräg. Hier merkt man schon, äh, da wurde der Script verwendet von den Straßen. Da gibt's so ein Straßenscript. Man sieht halt, ich würde schräg, ne. Das ist halt nicht das, was, ne. Gut, nix gut. Ähm, links runter, ne. Von der PDA her. Also hügelig ist es. Wäre, was war das da hinten? Weiß ich nicht. Ist aber nix zum Verkaufen, glaub ich. Dann haben wir hier, komm, wir gehen mal gucken. Wir gehen mal hier rein, das ist gar nix. Scheiße. Ja, dann gehen wir weiter. Da unten ist doch ein Hof oder irgendwas. Ich muss da gucken gehen. Was ist hier unten? Das sieht nach einem Pferderhof aus. Also, es ist ein Hof. Ne. Das sieht, es ist schon, äh, das muss ich jetzt gucken. Warte mal hier. Stopp mal. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Das kann man ja kaufen hier, ne. Ist noch ein bisschen teuer. Wenn es teuer ist, gehen wir zur Bank und holen Geld. Ich will das wissen jetzt. Ob das ein Hof ist. Warum kann man das nicht beschreiben? Ja, es ist ein Hof. Pferde und Pferdeboxen und Apfelbäumen. Ne. Apfelbäume. Apfelbäume. Wo sind denn die Apfelbäume? Das ist eine Schildrasse. Das ist eine Schildrasse. Ach, das sind Apfelbäume. Jo, frei. Ähm, die Apfelbäume gibt's zum Download, glaube ich, oder? Weil, das ist schon die zweite Map, wo ich die Apfelbäume sehe. Habe ich die nicht mal irgendwo gesehen gehabt? Zum Downloaden. Man könnte eigentlich hier auch, äh, in der Map gucken, die Map aufmachen, gucken. Ähm, ich weiß noch nicht, müsste ja eigentlich hier, äh, gute Frage, wo könnte das drin sein? Hallen bestimmt nicht, diverses. Oder ne, Produktion müsste es eigentlich sein, oder? Also, planta, aha. Bei Plantagen. Da sind die Apfelbäume. Platzieren wir mal ein. Auto. Also hier, ne, das siehst du ja, äh, Pferde. Oh, Pferde. Das sind ja die Apfelbäume, ja. Mhm, mhm, mhm. Ja, die kenne ich, ja. Da muss, glaub ich, äh, warte mal, wir könnten ja mal hier, warte mal, ey, so ist Karpel. Apfelbäume, das sind die. Ne, die brauchen nur Wasser. Okay. Ja, die anderen haben, äh, den gebraucht, ähm, wo ich auf der Galgenberg habe. Die haben Mist gebraucht und die hier nicht. Ja, und macht ja nichts, ne. So, wir wollten, ja, ich runterfahren, ich hab grad gesehen, da geht's gar nicht weiter. Dann müssen wir hier weiterfahren, ne. Aber hier, ja gut, die Pferde müsste ich jetzt nicht haben, mhm, was man hier nicht hat. Hast du das gesehen? Ein Getreidelager, gibt es hier gar nicht, ne. Ne, das, hier gäbe's keins. Das müsste man wahrscheinlich auf der Wiese plizieren, ne. Ein schöner Zug. Passt. Hab ich gesehen. Hast du auch gesehen? Ein, grüner, glaub ich, war das, ne. Also nicht so ein grüner, sondern ein anderer grüner, ne. Sind wir nicht von hier gekommen? Das leuchtet immer noch. Muss es vielleicht, ne. Wir sind von hier gekommen. Aber man könnte hier rechts hochfahren. Da gibt's auch eine Shitrasse. Komm, wir fahren nicht mal hier entlang. Das ist ja nicht so schlecht. Warum muss man überall die Pfösten, gut, die Pfösten, ne, die Pfösten, ja. Aber auch keine Grudi. Ist nur Deko. Also Deko. Ja, muss noch schön aussehen. Okay. Ja, die Felder sind halt gut, die gehen eigentlich, ne. Ist jetzt nicht so schlimm, finde ich jetzt. Aber mit kleinen Faktoren macht's bestimmt Spaß hier drauf, ne. Hm. Bin gerade überlegen, ob ich die mal anspielen soll. Oh, hier, kommen wir zu irgendwas. Oh. Was sind das? Da müssen wir hin. Da will ich kicken. Da ist fertig. Die Map, das finde ich immer blöd, wenn's... Ach, das ist der Schweinerstall. Ja, muss ich ja... Das ist der einzige Zusatzmutter, den ich runterledeln, ledeln musste. Äh. Sche... Scheweine, Scheedale. Ach du Scheiße, ist alles green hier drin, ne. Das ist ein green. Was sind das? Ein Mischfutter, Futtermischer, Schweine, 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 wir müssen das kaufen, ich komme nicht mehr raus. Scheiße, er hat geschweichert. Wo sind wir denn hier? So, hier, kauf doch jetzt, klick doch jetzt, mach doch jetzt. So, lass mich, mach mal hier die Tür auf, ich komme da. Da, mach jetzt auf. Ach du Scheiße, was ist denn das? Das ist aber... Das ist aber scheiße hier, ne. Das ist ja... Wer macht so riesen... Ach so. Ja, dann ist es eine gute Sache. Das schließt gleich. Das ist nicht... Aber könntest du das ein bisschen höher machen, hier? Ah. Weiter, äh, zu geht's nicht, ne. Mach mal das auf. Dann muss ich hier drücken. So, ich muss dann nämlich hier gucken. Was brachst du denn? Das ist aber schön hier, ne. Das ist aber richtig gut gemacht hier. Das ist ein schöner Mann, ne. Ja, das ist ein schöner Mann. Ein schöner Mann. Oh Scheiße, schon wieder hier. Ich hab mich eingesperrt. Was haben die denn für Schweine hier? Die sind doch nicht so groß. Du musst doch hier nicht so riesen Dinge haben. Mein Gott, muss ich mich selber auch hier... Der ist ja bescheuert. Ich will mal gucken. Äh, ne, das kann man nicht. Ich müsste, ich müsste hier kaufen. Können wir ja. Wir kaufen, komm, wir kaufen mal eins. Das reicht ja. Ja, gut. Ähm, jetzt gucken wir, was die brauchen. Also, was wollte ich ja erstmal gucken, ne. Protein, Getreide, Wurzelfluchte. Und jetzt können wir hier gucken. Da müsste eine Produktion drin sein. Ist nicht drin. Warum nicht drin? Oder ist das einfach... Ja. Ah, du musst das hier... Das ist kein Mischer, sondern das ist einfach ein Verteiler. Der verteilt das. Hat es dann wenigstens irgendwo ein Silo oder sowas? Oder ist das unterirdisch? Vielleicht, ne. Weil wäre jetzt, äh, für den Schweinestall, ähm, ja, logischer gewesen. Ähm, wenn das, äh, so ein, ein Hochsilo hätte, ne. Ja, da kackt er schon. Na, muss der kacki, kacki machen. Oh. Verdammt. Joah. Also, ich finde die Map interessant. Vor allem, äh, klicke die klack, 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 klack. Ja, hier kommt ja, soll ja das rauskommen, aber, ah, das geht oben durch. Okay, kann ich jetzt wieder nicht rüber. Mein Gott, muss ich jetzt hier Superjump machen? Ist ja nicht normal. Wo haben wir denn den Superjump hier? Das ist Rengush Renderkrieg. Äh, Fliegmodus an. Fliegmodus Zustand an. So, jetzt können wir rüber. Ich wollte ja nämlich gucken, äh, wo kommt denn das her eigentlich? Hä, das geht von hier, darunter und darüber. Das macht keinen Sinn. Das macht null Sinn jetzt. Müsste das nicht von hier kommen? Das geht unter, ja, das ist gut. Also kommt von unterirdisch. Hier ist es im Boden drin, das wäre ja dann gut, aber hier ist nix irgendwie. Ach, vielleicht in der Wand drin, ne? Dann könnte es funktionieren. Wieso gehst du da nach oben? Äh, die Binder sind auch schön gemacht, ne? Ja, ich weiß, da kommt der Zimmermann raus. Nö, 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 nö. Äh, ja, das sieht zwar nicht aus, aber, ist aber schön gemacht. Ich glaube, den, 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 äh, die Halle behalte ich, glaube ich, ne? Ist eine dünne Halle. So, komm, wir können mal, wenn wir schon fliegen jetzt hier, können wir doch hier gleich mal die Map hier so angucken von oben. Also wir sind ja hier jetzt ganz außen, das würde mir ja nicht so gefallen. Äh, wir haben ein kleines Dörfchen, wir haben zwei Dörfchen. Dörfchen? Das sind ja zwei, ja? Stimmt, gell? Mit zwei Dörfer, das haben wir hier in der PDA, müssen wir das eigentlich auch sehen. Hier ist das Dorf, und hier ist kein, eigentlich ist das ein Bauernhof, ne? Das meiste. Joa, hm, ist schwierig, ist eine schöne Map, würde ich sagen, ne? Ist aber schwieriger, soll ich die mal spielen, oder nicht? Oder, oder schon? Hmm, würde mich jetzt gerade reizen. Ja, schwierig. Na, Hauptsache, ähm, wir wissen jetzt, äh, wie das läuft, ne? Wir machen es jetzt aus. So. Nein. So. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn ihr die Map gefällt, ihr habt den Mod-Hub nicht vergessen, die Map runterzuladen. Wir haben hier sogar außen, gg, für die Kühe. Wem gehört es denn? Niemanden. Oh, ich sag süd, ne? Ja, es sind Kühe. Natürlich sind es Kühe. Jo. Ähm, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Hab ich schon gesagt? Eben die Map runterladen, wenn du die möchtest. Ich bin immer auch überlegen hier. Ne, das sieht schon, na, das sieht gut aus, ne? Das sieht irgendwie schon gut aus. Wir sehen uns, nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.